Und da bin ich wieder zurück. Gut. Dann machen wir auch direkt weiter. Ich gucke erstmal alles hier durch, was es hier so gibt. Aber ich denke mal hier gibt es nichts besonderes. Wow, wie teuer. Kein Interesse, danke. Nein, du verkostest mir auch nichts. Du verkostest mir auch nichts. Du auch nicht. Ja, laber mir. Okay, gut. Ähm. Ups. Hier alles kann mit Team Aqua Typen. Wo muss ich denn hin? Neue Route. Und vielleicht ist Glück auf meiner Seite. Oh, den Tox. Geil, 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 geil. Okay. Bitte stört nicht. Bitte. Danke. Okay. Aber bitte noch ein bisschen näscher. Egal, was du bist mit einem Plubstrahl. Komm schon. Da drin. Aber das sollte ich jetzt nicht. Da drin. Aber das sollte ich jetzt nicht. Alter. Boah. Dafür habe ich jetzt schon den perfekten Namen. Weil es einfach. Es hat mir sehr geholfen. Es hat mich erlöst. Von dem. Drang, dass ich keine Pokémon mehr bekomme. Und es ist einfach nur geil. So. Und wenn der Part dann vorbei ist, werde ich dieses Tintoxa trainieren. Das woher ging. Ich Klappe nichts. Ich brauche ein Fahrrad. Da habe ich ein Fahrrad. Jetzt brauche ich ein Fahrrad. Was bringt die Sanftglocke? Ich glaube, es macht irgendeine Attacke, irgendwelche Attackenstärker. So, wo muss ich jetzt hin? Ah, genau da rein, glaube ich. Okay, preko, ja, nein. Okay, preko, ja, nein. Ich bin gerade ratlos, wo ich hin muss. Ah, ja, genau, da rein. Ich habe einen Fick hier. Nein, keine Wana. Tschüss. Und der nächste bitte. Tschüss. Ich denke, ich habe einen Fick. Oh, nein, der Wasser. Ah, da ist der Tap von vorhin. Ganz vom Anfang. So, jetzt kann ich hier weiter. Doppelkampf. Doppelkampf. Ich hoffe, die verrenge. Okay, tun sie doch. Okay, tun sie doch. Der ist auch für mich. Der ist auch für mich. Der ist beim Anerkennung. Aber ich bin jetzt beim Anerkennung. Also, es wird den Anerkennung. eine neue route eine gute neues glück gerade aber richtig geil doppelkampf die habe ich doch gerade schon besiegt war hier schon zweimal tschüss oh, übertreibt mich eh Niko, auch ein cooles Sieg Na Angelo, was hat der wohl Carpador? Schmerzwerfer Kataha und Carpador Ok, das heißt da ist da oben irgendwas, wie man hin kann? Ne, das sieht nicht so aus 110, das ist noch die Route das heißt das ist keine neue Route Stolunia auch cool Mit der Stolrak oder so Blitz-Pokémon Ah, da habe ich schon programmiert und Maike ausländernehmt Boah, wie glückt ihr immer an? Was hat der Scheiß hier mit dem Ding rum? Schneckmann Egal, Detektor Toll, das brauche ich, ist die Scheiße Das schreit auch nach dem Doppelkampf Ist so perfekt Rechte Hand bringt das? Nö Warte Sollte nicht reichen Hm Stop einfach Danke Ich finde der Schiss das der Explosionen macht Noch ein Doppelkampf Wow, das ist krass Auffahrt. Kann bestimmt ganz viele attacken. Kraftdressen, was? Okay. Elixir. Nice. Wow, hat er viele Pokémon. Der hat mehr als ich. Schon traurig eigentlich für einen Trainer. In dem Level schon mehr Pokémon hat als einer selber. So, der mit 30, das reicht erstmal. Na, na, bär, what the fuck. Ich bin die Bärn teilweise, das ist so sinnlos. So, neu. Ah, hierher krieg ich das Rad, okay. Neue Route. Wo ist denn dieses Pokémon Center? Da, bin ich blind. So, dann machst du es auch wieder mit diesem Part. Und ich werde... Wahrscheinlich... In dieser Route gibt's keine Pokémon zu fangen. Gibt's... Nein, hier gibt's auch keine. Hier gibt's welche. Denk ich mal. Okay. Okay, werde ich jetzt den Park beenden. Bis zum nächsten Mal. Und ich werde Tintoxa trainieren. Bis dann, Leute. Ciao.